also pass auf wie funktioniert das was wir jetzt machen wie funktioniert das jetzt was wir jetzt machen jungs also es wird folgendermaßen ablaufen für alle die beim letzten mal nicht dabei sind oder die das youtube-video nicht gesehen haben im grunde läuft das so unglaublich sellout dicker das ist so das dreckigste was man machen kann als streamer jungs also hey guys in chat ich bin man macht es quasi so wenn man jetzt zum beispiel fünf euro donated und einen youtube-link dazu packt dann wird dieser youtube-link automatisch 25 sekunden abgespielt so funktioniert okay okay das ist maximal sellout mein chat wollte das machen okay ich wurde dazu gezwungen wir sind die hände gebunden hier okay mein chat jungs ist mein arbeitsgeber ich möchte nicht gefeuert werden ne jetzt für die keine lüge mein chat wollte das wirklich ja aber mein also wir haben es halt mal gemacht und mein chat von snice deswegen machen wir es auch das wird eventuell lauten ich glaube das ist ihr rap ich habe richtig bock Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ich hab Angst, Bruder. Warte mal. Wie lang genau läuft es? Bei 25 Euro. Danke. Pony war ein mega stabiler Link. Ich bin absolut traurig gerade, dass es vorbei ist. Ach nee. Ach nee. Bitte nicht. Nein. Nein, mach es nicht. Nein, mach es nicht. Nein, mach es nicht. Nein, nein. Nein, mach es nicht. Ich bin ein Vierge. Ich hab mir Limonade auf den Penis gekleckert, Bro. Das war Content, Alter. Okay, was haben wir hier noch an der Seite? Was ist das? Das kenn ich gerade nicht. Das ist ne ganze Minute, Bruder. Ich steh auf Schwänze. Wicke Schwänze. Ich steh auf Schwänze. Yeah. Wenn ich eine Person umbringen könnte, dann den Typen aus der Vergangenheit, Alter. Ich hab Ebola. Ja, ja. Und Aids hab ich auch. Ja, besser wär's, Alter. Nee. Nee. Nee, wie lange läuft das? Jungs, bitte. Bitte alles außer Nightcore, Alter. Wird das laut? Warum? Digga, warum? Einfach. Oh, dicker, ich hasse diese Thomas-Di-Lokomotive-Videos. Wer setzt sich hin drei Stunden und animiert sowas? Ich versteh's nicht. Ein Klassiker, ja? Kennt schon jeder. Schon tausendmal gesehen, aber immer wieder lustig, Alter. Das ist eine Kacke, Alter. Oh, Content. Ich liebe dieses Video. Ist fast so gut wie Art of the Bag. Warum? Wieso? Wo findet ihr so ne Videos, Jungs? Also mehr oder weniger. Ladies and Gentlemen, meine Community, was geht ab? Oh, ähm, okay. Ich schwör, Basti, Alter. Ist das dieses Zuckerblatt-Ding nochmal? was ist das für ein dummes meme was ist das denn alter vor allem freude schöner götterfunken dazu ist ja so geil lachen nicht über leute die ins gym gehen bis zum skein sie da hin schizui shut up bro schizui 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 die erste 10 aus 10 link heute schizui 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 Hahaha Griegel Hahaha Hahaha Oh 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 Hahaha 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 Oh Das ist Äh Oh 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 Woah What Hahaha Hahaha Bro, er ist ein fucking Melone Rasierer, holy shit I've now created the world's largest functioning whoopee cushion Hahaha 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 Die Katze am Ende, Digga Wasserhennen Hahaha Jungen, aber so ein geiler Track, Alter Hahahaha 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 Häh? 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 Hahaha 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 Ehh, was für eine dumme Scheiß, Alter Hahaha 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 Oh man Häh? 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 Häh?еспensei Häh? Häh? H monopoly Ey, Junge, schon tausendmal gesehen, aber ich find's einfach immer noch geil. Ich check diese Musikrichtung nicht, ne? Könnt ich mir nicht... Bro, was war denn bei ihm, Alter? Holy shit, der R war fucking hyped, Alter. Holy shit. Och, nee, Alter. Och, nee, Alter. Siehst du das? Kraftplatz. Da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das ist das Problem, ne? Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Kramplätze müssen verdichtet sein. Ach, geil. Jetzt komm ich hier hoch. Guck dir die Scheiß an. Jetzt guck dir die Scheiß an. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Alter, ist ne Legende, ich schwör. Den Song würde ich so pumpen, wenn er im Club laufen würde. Hey, holy shit. Dazu hat sie ihm ein tägliches, mehrstündiges Trainingsprogramm zusammengestellt. Ich muss jetzt auch mal anfangen für Mathe zu lernen. Nein, das brauchst du später sowieso nicht mehr. Tappen, No Scopes, One Deeks, das sind die Sachen, die du lernen musst. Aus dir soll doch kein Ragequitter werden, oder? Nein, Alter, das kann ich noch nicht, Alter. Ich hab die Schürze um, ich drehe die Würste um, ich bin der Bernd, umstehe am Grill. Und mit ein Bierchen in der Kralle, Grille-Kämmer-Rot und alle Fleisch und Würstegrillen. Das ist alles, was ich will. Ich hab die Schürze um, ich drehe die Würste um, ich bin der Bernd, umstehe am Grill. Ich hab die Schürze um, ich bin der Schürze um, ich bin der Schürze um. Allemainz, ich würd's sagen, der Sell-Off-Stream ist dann fertig hier. War fucking fun, Brol. Ich hab, ihr hattet auch fucking fun, Brol. Bis zum nächsten Mal.